Oh mein Gott! Wuuuuh! Digga, es wird alles in den Raum falsch sein, als wir an einem scheiß Blu-Kabel. Haha, hallo! Könnt ihr mich hören? 3, 2, 1 Hey Leute! Willkommen zu einem weiteren Video auf Lava of Star! Hallo! Wir spielen heute Skywars auf der Map Phantasia Oh! Oh, Sarah ist hier unten, scheiß Mund auf trifft es eigentlich ganz gut Ich hab halt kein Essen, keine Blöcke, ich will jetzt nichts mehr darüber hören Ich hab halt erstens keine Blöcke, zweitens... Da hat sich der Prim einmal verbrochen, da ruft dieses Rad direkt im Hoho! Was? Was macht ihr denn, Leute? Wow! Ich kann nicht mehr! Oh, hier liegt eine Enderpelle, danke! Oh, da wurde aber gewaltig von 9.8 bestraft! Oh! Danke Minecraft! Hä? Wo ist die Enderpelle? Hey Sarah, nice! Italienisch ist anscheinend dein Freund, meiner nicht! Abi? Ich kann nicht mehr! Minecraft? Das ist wahr, wir haben gerade erst angefangen aufzunehmen Das ist eben Sarah, ich nehme deine Ehre! Oh Gott! Scheiße, was ist los, Alter? Kann ich gar nicht ernst nehmen? Ja doch! Ah ja! Der stellt sich schon so hin! Hä? Ach der oder was? Der Blogger XD! Der musste auch los! Halt der Maul! Hast du jetzt das XD ernsthaft nur geschrieben bei der XD? Ja! Sarah, wenn ich gewinne FL! Wenn ich gewinnen FL, hallo bitte! Mein ich hab nur so kacksthaft, hallo! Hi! Na? Na? Die 10 Blöcke! Oh, ich hasse, dass du, ne? Sarah, du hast mich! Sarah, wenn ich gewinne Date? Oh, dann antworte ich doch! Was ist hier das für mich? Werde ich gegrüßt, wenn ich gewinnen? Ihr begrüßt dein Akkuladegerät! Auch wenn du nicht gewonnen hast, aber ich bin eine Ehrenfrau! Du hast gewonnen! Oh mein Gott, guck da mal hin! Primm! Ja! Primm! Ja! Die Elite in Minecraft! Oh Gott, die haben Schneebälle, ne? Äh, Sub meine ich! Oh mein Gott! Oh nice! Aua! Sarah mit Combo, Alter! Mein Minecraft-Combo! Ich hab nicht gedacht, dass wir die bekommen! Weil noch haben die nicht, aber... Ja, dann ist dir auch gefallen, dass du ja Primmels-Mate hast! Ja, zu, das ist gemein! Ey, ich crit ihn einfach so aus! Warte, warte, ich hab die D200-Attack! Oh, ich hab meine... Das hat er jetzt nicht gesehen, danke! Klipp das! Ah, ich stream grad gar nicht, lol! Uff! Die Hose brauch ich! Nein, kein Müll reinwerfen! Ah, ich brauch die doch nicht! Ich wusste, dass du sie nicht brauchst, ne? Mhm... Ja... Ja... Uh, Sarah! Combo! Minecraft-Combo! Aber noch ein Orb und von 500 PS! Dreist! Brenn! 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 Mann, was macht der Typ da unten? Dann stirb doch einfach! Er baut einen Waterfight! Lass! Ne, der macht Lava-Fight! Er macht beides, Alter! Das ist einfach das Verbesserte vom Waterfight! Der ist Avatar! Oh mein Gott! Alter, ernster! Oh mein Gott! Ich will weg hier! Nehm dir, nehm dir das Wasser! Sarah, nehm dir ist noch Wasser! Was machst du? Oh mein Gott! Und dein teammate ist eigentlich ein Bot! Moin, Leute! Na? Joho! Na? Was ist rasiert? Was ist rasiert? Ja, wo Basti! Hey, hey, hey! Oh, da unten ist ja schon einer! Hallo! Hi! Maxime, es war ja so klar, dass du das wieder bist, ne? Sie killt den Vibe! Dior, stay at home! Du Vibe! Eins! Ja, wir machen jetzt voll die Satzkette! Das dachte ich auch! Ja, aber Sarah hat nur meinen Part genommen! Nicht nur deinen Part! Ehrenleben und Vorhaut, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihre Ehre zu mir mitnehmen, bitte! Danke! Seid ihr denn? Was gibst du mal bei McDonalds? Muss ich noch nachgucken! Äh... Entweder zwei große Pommes oder... Dauer, sterbe! Ja, ich komm, ich komm, ich komm! Geh weg, geh weg, geh weg! Was gibst? Ich bin am Start, ich bin am Start! Äh, entweder zwei große Pommes... Jo, Leute, Maxi am Start! Oh Gott! Jo, warte Prime, ich helfe! Oh Gott! Ich bin tot, ich bin so tot! Nein, du bist nicht tot! Oh, ich bin aber tot! Maxi, ich komme! Maxi, Maxi! Jetzt sterb ich wieder, ne? Ich will euer Leben retten und ich sterbe! Hab ihn, hab ihn! Oh mein Gott, ich hasse euch so sehr, ne? Maxi, ich hab vier Gaps! Ja, ignoriert mich jetzt auch noch! Wir sind grad gestresst, Sarah! Ihr seid gemein! Es tut mir leid! Ich geh auf Kati, warte! Ja, sie esst Anderes, macht Aua! Jetzt Kati geht's Aua! Kati... Kati hat ein bisschen... Ja, das Andere im Lesen hat sie irgendwie geschafft, wegzufallen! Hä, Prime Missile! Oh, ähm! Wehe! Oh, du bist ein Final Staff reingehauen! Ja, wo ist der Andere jetzt bitte hin? Ähm... Pff... Nein! Als ob! Hä? Niemals! Hört ja, seid ihr schlecht! Ja, okay Sarah, hättest du es jetzt gemacht? Oh Mann, oh! Ich krieg kein Nockback! Und ich würde wieder tausend Blöcke fliegen! Trin, pass auf, was du sagst! Sorry Sarah! Pff... Ich weiß, ich spiel grad damit, dass unsere Serie äh... Nicht weitergeführt wird! Ja! Oh, er überlebt! Ah, dafür hab ich den Kill! Er lebt! Gut macht ihr das! Juhu! Echt die hause! Willkommen in der letzten Runde! Du bist ja alle in so einem monotonen... Die Kiste ist immer leer und ich glaub, wie ein Bot immer wieder in diese Kiste, ne? In die Kiste rein! Zu der Kiste, sorry! Hala, ich hab kein Schwert! Mach ich nur! Kann da ein... Da war doch auch ne Schwert, oder? Du brauchst noch ne Waffe! Ja, das wär... Zuckersüß gewesen! Äh, willst du brauchst noch ne Enderpatt? Äh, ich hab eine! Ach, na mal mein! Hast du jetzt gar keine mehr? Doch, ich hab... Okay... Äh, da ist... Primtod! Primtod! Oh! Primtod! Ja! Boah, Sarah! Minecraft Kobo! Wow! Ah, Sack! Äh, was? Hinterher! Hinterher! Zugriff! 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 Er ist Zugriff! Er ist Zugriff! Er bekommt aber schon wieder weg! Oh, sorry! So dreist, so dreist! Es tut mir leid! Ich reporte dich jetzt! Oh! Warst du ne Diabos? Ne! Ne! Ah, Leute! Hier ist einer! Bei uns! Der Insel! Halli, hallo! Hallöchen! Der, er ist gefressen! Aua! Ich hab nicht mal nen Goldapfel! Ja, den! Ich hab drei Goldapfel! Ah, gut! Ich hab drei Enderpellen! Willst du eine? Äh, wär süß, ja! Der andere kommt... Ah, Katja kommt auf die Seite! Und da ist auch... Ha! Du hättest mir den eh nicht gegönnt, aber ich hab ihn trotzdem gekonnt! Hä? Ich hätte halt versucht draufzuknitten! Ja! Ja! Ja, okay! Ich wollt das aber nicht! Wir wollen euch zu erlassen mit dem Video! Schaut bei Prim vorbei! Maxi macht eh keine Videos! Doch, den konnte! Und ja, vielleicht das Video! Ja! Gefallen, als Lasse negative Bewertung. da, bis nächste Woche rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.